Moin Pyrus, heute gibt es Knallfrösche von VEGO aus Holland. Siebenklapper nennen sich die Teile. So schauen die aus. Gleich mal zum Test. Sind übrigens 10 Jahre alt. Kann ich hier nochmal einblenden. 2012. Ja, los geht's. 1,8 Gramm NEM pro Frosch. Und nochmal ein zweiten Ender her. Alle guten Dinge sind drei. Ich hab gehört, alle guten Dinge sind vier. Ja, Springtune nicht. Ist sehr schade. Aber sind ja ausschließlich 10 Jahre alt. Und nochmal den letzten. Aber knallen tun sie noch ganz ordentlich. Okay. Okay.